Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von 123schiffsreisen.com. Heute möchte ich Ihnen kurz einmal zeigen, dass wenn Sie sich für das Schiff MSC Orchestra interessieren, dann möchte ich Ihnen zeigen, wo Sie speziell die Routen nachschauen können, beziehungsweise wo Sie dann auch eine Reise auf diesem wunderschönen Kreuzfahrtschiff buchen können. Ich zeige Ihnen hier die Seite von IHOY, ein wirklich tolles Suchportal, auf dem Sie so gut wie jedes Schiff und jede Schiffsreise eigentlich finden. Wenn Sie unterhalb oder auf den Link klicken, der gleich im Video erscheint, kommen Sie hier auf die Seite von IHOY und dort kommen Sie zunächst einmal auf die Seite von MSC Kreuzfahrten, denn die MSC Orchestra ist ein Schiff der Flotte von MSC Kreuzfahrten. und wenn Sie hier drauf sind, dann sehen Sie hier unter MSC Kreuzfahrten können Sie jetzt entweder hier die Schiffe sich aussuchen oder Sie können sie hier, Sie sehen die Flotte ist relativ groß und wenn wir hier auf die MSC Orchestra klicken und dann, wenn Sie möchten, einen Zeitraum, einen Reisezeitraum angeben oder eine Reisedauer angeben, so können Sie dann eben Ihre Suche einschränken oder Angebote nur mit Flug, wobei mein Tipp ist hier, buchen Sie den Flug separat, Sie kommen meistens günstiger. Ja, dann klicken Sie hier einfach auf Angebote finden und dann dauert es einen Augenblick, je nachdem wie schnell oder wie langsam Ihr Portal ist, Ihr Inhandverbindung ist und dann sehen Sie, sind Sie auf den Seiten, wo jetzt aktuell zwölf Kreuzfahrtrouten angeboten werden in der Zeit vom 3.11. bis 29.06.2016. Ja, und dann schauen Sie sich diese Reisen einfach an. Ich gehe jetzt mal hier auf eine drauf, klicken Sie hier auf Kreuzfahrtangebot und dann sehen Sie hier eben die Details zu der Reise, Sie können sich anschauen, das ist jetzt eine Reise mit Flug, Innen-, Außenkabine, Balkonkabine, die Suite ist hier ausgebucht schon und hier können Sie sich dann auch noch die Reiseinformationen abrufen zu den einzelnen Reiserouten, Reiseetappen, können Sie sich dann noch Ausflugstipps anschauen oder Informationen. Also durch und durch eine tolle, informative Plattform, auf der es sich definitiv lohnt, seine Reise oder wenn man eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff plant, zu buchen. Dann klicken Sie, wenn Sie die Reise interessiert, klicken Sie hier nochmal auf Termine und Preise und dann können Sie hier letztendlich die verschiedenen Preise sich anschauen, aussuchen und gegebenenfalls den ganzen Vorgang buchen. Ja, zu mehr Informationen noch zum Schiff MSC Orchestra kommen Sie gerne auf unsere Seite 123schiffsreisen.com und lesen Sie sich den wirklich interessanten Artikel über die MSC Orchestra und andere Kreuzfahrtschiffe durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Tipp geben, wie Sie zu einer günstigen Reise auf Ihrem Lieblingsschiff kommen und bis zum nächsten Mal, Ihr 123schiffsreisen.com und bis zum nächsten Mal.